So, wir sind zurück in einer neuen Aufnahme-Session. Und ich weiß nicht mehr, was wir genau vorhatten. Ach ja, bestimmt Geld für Pins und so sammeln, was wir alles haben wollen. Das ist ja nur dieser schreckliche Endboss, von dem ich keine Ahnung habe, wie man ihn besiegt. Geld! Geld! Wo? Ach, hier war der Haupttyp, oder? Ja, coole Sache. Oh no. Hier! Was war hier denn nochmal? Ach, hier war der Typ, wo wir nicht vorbeikommen. Ja, ist ja gut. Schade. Aber wir können mal auf die Karte gucken, wo wir noch hin könnten. Ja gut, hinter den. Oder ganz nach unten. So. Back. Und so. Achso, hier könnte man irgendwo rechts runter? Oder ist das... Ich weiß es nicht. Ach, okay, hier, da müssten wir hin, aber da kommen wir nicht hin. Es ist zu weit. Also, wir müssen irgendwie den Boss besiegen. Ich hab nur keine Ahnung wie. Kein Plan. Ahja, von hier kommen wir gerade. Ne, kommen wir nicht. Sieht aber eh nicht aus. Okay, das will ich jetzt nochmal holen hier. Because of the need. The need for money. Naja, stress mal nicht. Zack. Oh, ne, 83. Oh ja, ich hätte gedacht, die können wir kaputt machen. Nein, können wir nicht. Bleibt uns verwehrt. Was? Oh nein. Oh. Egal. Oh, hopp. Oh nein. Äh. Jetzt hier nicht Richtung Mine oder so? War das so? Ach, guck mal. Ach, guck mal. Ah, das Schild ist einfach dieses Reiter-Ding, ne? Äh, wo geht's hier lang? Waren wir hier schon? Äh. Dicht. Dicht. Ah, schade. Hm, 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 hm. Ihr könnt natürlich auf den Schlüssel sparen, den es bei Sly gibt. Und dann die eine Tür ganz rechts aufmachen. Dafür brauchen wir 950, ne? Wir sind, wir sind eine ganze Menge Osche. Okay. Äh, ganz kleinen Augenblick. Okay. Ach, hier haben wir Sly. Okay, hier war der Leib, den wir Sly getroffen haben. Oh Gott, war das knapp. Das war richtig knapp. Haben wir auch nicht. Wir brauchen definitiv irgendeine Fähigkeit, die uns erlaubt. Vielleicht zu schweben oder nicht. Hier war der, war die Fliegenmutter. Okay. Äh, müssen wir uns was überlegen, wie wir den Boss besiegen. Oder können wir hier irgendwo hoch? Ja. Gibt ja noch rechts so ein paar Stellen. Und vielleicht, äh. Äh. Vielleicht lang könnte. Ich bin ganz klein, ne? Ich bin ganz klein, ne? Ähm. Ähm. Was war hier? Was ist hier? Ach, hier. Ja, ja. Okay. Äh. Ich bin ganz klein. I'm gonna have to open the slot. Hier war's schon. Hier war's. Oh, nee. Oh, nee. Das will me. Ach. Seit er auf die Dinger zu landen, weiche ich eher aus. Oh Gott. Oh, holy. Ja, hat mich richtig gut geschlagen, wie ihr gesehen habt. Ohne Verluste hier. Okay. 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 Können wir nicht auch hinter die springen? Ja, oder so. Direkt jeden Kontern hier. Jetzt einen Schlag. Ja, hier haben wir die... ...die Raupe gerettet. Hey. Ach ja. Richtig, hier war das Metallgitter. Vielleicht ein Schalter oder so. Nee. Ach, und hier war der Große, ne? Oder? War hier nicht... Ach ja, hier ging es auch nicht weiter. Am Ende konnten wir auch nicht weiter. Okay, wir brauchen irgendwas, um weiterzukommen. Wir sind hier. Wir können von hier... Ach so, oh Gott. Ich wollte gerade sagen, wo kam das hin? Das war einfach von der Decke. Das ist schlecht. Dit, dit, dit. Ich bin so unvorsichtig gerade. Hm. Ich würde es doch gar nicht so schlecht bisher gemacht haben. So. Da war noch eins. Ja, ja, ja. Hä, hä. Ich bin zu dir. Ach ja, da oben gab es Geld. Richtig, das war das. Weg. Weg. Und zack. Ah ja, Wurm. Wurm. Kauppen. Irgendwann. Geh nochmal nach oben gucken, was wir kaufen können. Und dann. Müssen wir wohl nochmal zum Boss. Und das seh ich momentan nicht, außer dass wir wirklich Geld sammeln und mit dem Schlüssel aufmachen. So, was hast du jetzt nochmal? Ich gucke mir das nochmal an. Maske scharf. Dieses alte Ding, mal die Fragment von etwas größeres... Ach ja, genau das hat. 1.800, ey. Was? Okay, jetzt nichts, was uns direkt hier... ...helfen könnte. Ich will nämlich so viel Geld ausgeben, wie möglich, damit wir, falls wir mehrmals sterben, nicht alles immer wieder verlieren. Ah, ne, hier war der Bahnhof. Hier war die Karten. Die Zelda. Hot Spring. Yes. Okay. Okay, keine Hot Spring zu sehen. Ähm. Ja, wir wollen zum Boss dann. Ja gut, Geld brauch ich gar nicht mehr sammeln, weil ich weiß. Wie hart das wird gleich. Wollen wir mich jetzt schon nicht. Man, die Gegner müssen einfach besiegt werden. Okay. Und hier. Ba-ba-ba-bam. Und drauf. Oh. Oh Gott, nein. Oh, das habe ich zu spät gesehen. Ich war in Gedanken. Mist. Okay. Und eigentlich müssen wir auch noch ein paar Gegner besiegen, weil... ...wir... ...den Kram brauchen, um uns zu heilen. Ich will das gar nicht. Ich will das gar nicht. Ich will das nicht. Ich will das nicht. ...besiegen. Okay. Soll mal schlagen, also... ...bescheiden sein. Okay. Und... ...nicht so viel Zeit lassen. Da habe ich nur Versuche aufgeopfert, um uns nicht mal ganz aufzuheilen. Natürlich dumm von mir. Sehr dumm. Ich weiß gar nicht, ob hier noch mehr Gegner waren. Wir sehen es ja gleich. Ich weiß gar nicht, ob hier noch mehr Gegner waren. Hier war zu unten, ne? Ja. Oh nein, kommt hier... Ähm... Ich finde, das sieht in der zweiten Phase vom Boss aus. Wir brechen durch und kämpfen hier unten weiter. Jetzt, wo ich mir das so angucke. Ich weiß gar nicht, wie kann ich den so ausweichen. Aber unter. Ich weiß nicht mal, ob ich dem Schaden mache. Aber ich muss dem, wenn ich... wenn ich springe. Ähm... Wenn er springt, muss ich unter durch, falls wir keinen Platz haben. Oh ja. Oh Gott. Oh shit. Ich darf mich nicht hier inzwischen durch. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Oh nein. Nein, 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 nein. Weg. Scheiß Avira. Ich... Alter. Update erfordert einen System-Neustart. Fuck you. Alter. Das war nicht mal knapp. Wir wären sowieso gestorben. Aber das muss doch nicht sein. Ernsthaft. Leute. Unnötig. Wirklich. Sehr unnötig. Sehr, sehr. Sehr, sehr unnötig. Brushen wir ein bisschen. Was passiert, wenn ich jetzt nochmal sterbe? Und dann die anderen Sachen alle verloren? Aber dann ist ja auch oben, guck mal, meine Auflade-Dings... ...erstört. Das geht ja auch nicht. Also ich darf mich nicht zwischendurch healen. Das geht gar nicht. Oh shit, ich dachte, der wäre tot. Äh... So, ich laufe mal kurz zum Boss. Wir sehen uns da gleich viel.